habe ich glaube das war eine blöde idee für die karte aber ich habe eine mp5 ich habe meinen ersatzlaser aktiviert ja der sieht seltsam aus jetzt die sicht ist tatsächlich schlecht hey da kann man nicht mehr hoch oder war das hier an der seite das ist das gebäude war der aufgang hier an der seite ah das nächste ok oh antennenmast ich höre ihn laufen unter uns ich komme da nicht hin da wo wir her kamen haben uns gegenseitig danke bei der seite läuft wo du hinguckst läuft wie auf der straße da hinten ist aber weg wupp schöner schuss ja also da ist eins wo man rein kann aber da hat man halt keinerlei deckung wo da hinten in dem haus hast du meine einschläge gesehen ja da hat er aus dem fenster gefeuert ah da hinten hat sich auch was bewegt ja da ist er raus gekommen ja da ist er raus gekommen oh ja definitiv die falsche waffe ja in das haus da kommen wir rein wollen wir da hin oh da kann man auch rein ja da schießts rechts auf der straße oh es ist hell hier wollen wir in den keller es gibt einen keller ja komm mal zurück hier in den flur komm jetzt eine rakete im boden ok guck mal hier steckt hier steckt nur da eine apollo kapsel oder sowas ah ja hier kommt man im wrack raus ja ach ok ein bisschen enttäuschend hier rechts war vorhin einer ja da ist alles voll wie weit 10 Meter oh haben mich pass auf weit machen danke gehen deckung ach man uns gegenseitig ich kann die nicht lesen also die richtung ist was ähm ja Leeroy Leeroy ja da 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 oder da drin hier ist er hier ist er hier ist er ich bin vorbei gelaufen ich bin ich bin ich bin ja 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 okay kracht jo jo zwei neue spritzen ich bin auch viermal so ich habe noch eine hier übrig gönn gönn dir ich bin aber nicht verletzt du offensichtlich das geht hier denn ich bin laut das ist fair. Ich sehe die von hier nicht gut. Das Licht blendet hier sehr. Wow. Komm nach Ist da ein Typ Jetzt nicht mehr Ich dachte so, hockt der da so komisch Also irgendwie Im Rackdoll Der hat mich ja auch nur angeguckt Zum Hotel Wir waren halt noch nicht da Wir sind da hinten gestartet Wir sind da nicht hingegangen Irgendwo da hinten sind wir gestartet Und sind dann hinten rum Wir sind da hinten rum Vielen Dank. Worauf genau schießt du? Nichts. Versuchen wir ihn anzulocken. Ja. Hört mal. So rum. Ich habe mich gerade genau falsch rumgedreht einmal. Ich habe das, äh, die Anzeige nicht an. Mit der Einstellung nicht. Oh ja, ich sehe sie auch. Ich sehe sie. Welchen nimmst du? Vorne. Okay, dann mache ich hinten. Dann los. Yay. Also, die finde ich nicht so gut, die Karte. So. Boah, meine Augen wären aber auch irgendwie gerade sehr müde.